Jelis Kotsch möchte einen Schritt weiter gehen. In der Show Make Love, Fake Love sucht die Influencerin nach der großen Liebe. Ihre zwei Top-Favoriten, Yannick Contalis und Max Bornmann. Letzterer verbringt bereits eine Nacht mit der Beauty und kommt ihr dabei sehr nahe. Doch scheinbar will Jelis noch mehr. Das verrät Max seinem Mitstreiter Sida. Sie meinte, ich will dich in mir spüren. Die Videoaufnahmen aus dem Schlafzimmer beweisen ebenfalls, auch der Barkeeper ist nicht abgeneigt. Er flüstert Jelis zu, ich würde gerne. Was wohl Max' Freundin Luisa zu diesen Szenen sagt?